Hallo, wir machen jetzt ein bisschen weiter den Vergleich mit Viktor Inox und den Schwestern. Und zwar gucken wir jetzt das Verhältnis vom Kreuz an. Gucken wir jetzt eine Schraube von unten. Kreuz, hier sieht man natürlich die Feierkante, den Kreuz an. Da war ein Traum, hier sieht man das bisschen aufgeflägt. Gucken wir nun mal von den Neuen, das ist der D04. Hier sieht man hier den Kreuz, hier fällt ab, das Material scheint zu solid. Aber hier sieht man hier den Schraubenschlüssel aus relativ spatz. Gucken wir mal den Schraubenschlüssel. Hier sieht man, der geht nicht besonders steif an. Wir holen zwischen der Schraube an der Flanke vom Tönebis. Läuft der Tisch. Wenn wir nun einen Druckdruck gehen, haben wir nicht viel Berührungsfläche zwischen dem Tönebis und der Schraube. Aber ich droge als Gefahr raus, dass man dich rausdreht. Gucken wir mal auch dann von Victorinox. Dann gibt es ein bisschen unten. Hier sehen wir den, er sei aufgeflägt. Dann wollen wir den noch draus setzen. Merk mal, der geht für mich direkt an. An die Flanken, die ich bis bis zum Schluss des Schraubenschlüssel. Die fällen dann nachher komplett aus. Aber im Druck können wir da rausrutschen den Tisch. Wir kriegen viel mehr Kraft, auf die Schraube zu drehen. Wenn wir das wissen, wenn wir da auf den Druckdruck gehen. Wenn wir da dann rausrutschen werden. An die Schraube dann eben, wenn wir es dann, die Schraube rumdrehen, wie es dann das nennt. Da sind ja noch etwas Kängeln, um zu wissen, wie ich anscheinend schrauben könnte. Auch von einem, Lauf ja heute den Swisschamp. Den können wir ran, das passt perfekt da ran. Du kannst mir drehen. Lauf, wie du auch noch, den Dosen öffnen. Und den ist auch geformt. Guck, den passt auch perfekt an so ein Kreidschlitzschraub. Das tehe ich so gut im Geschirr. Bei dem Immodellayat, wo der, wer bis dahin nicht das hört, wie der Dosenöffner hier bin. Nummer 3, der besser wäre die Fussfüße. Ok, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und, dann, mehr den Daumen nur hören, und bis nächstes Kör. Ja, also, tschö, tschö, tschö. 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 Tschö.